Herzlich willkommen hier auf der Single Couch, hier am Geilbohm-Folkfest. Wir haben hier eine wunderschöne Frau, das ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass die noch Single ist. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Andrea. Wo kommst du her? Aus Landshut. Geht's dir gut, Andrea? Oh ja. Wenn du aus Landshut zu uns nach Straubing kommst, suchst du dann praktisch einen Geilbohm-Bauern? Oh, nicht unbedingt. Wie soll dein Traum mal ausschauen oder was soll er mitbringen? Oh, mein Traummann, der wohnt gar nicht so weit weg von mir und ich bin ja eigentlich total verschossen, aber der hat das noch nicht so ganz gecheckt. Soll ich mir da einen Aufruf starten für den? Bitte. Wie heißt dein Traummann? Oh, das glaube ich, der darf jetzt nicht raus sein. Da glaube ich, gefreut er sich nicht so sehr. Der darf man einen Vornamen vielleicht sagen? Hm, auch nicht. Dann müssen wir einen neutralen Mann für dich finden, der wohl vielleicht ähnlich oder die gleichen Werte hat. Dann beschreib deinen Traummann einmal. Ah, mein Herz hat's bereits echt total durcheinander beidelt. Dann beschreiben einmal. Der hat den gleichen Schlag wie ich. Wie kannst du den Schlag beschreiben? Der bringt mich, egal wie schlecht ich drauf bin, der bringt mich immer zum Lachen. Und andersrum, glaube ich, ist das ziemlich genauso. Wie meinst du, dass die Sache ausgeht? Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Dann machen wir einen Aufruf für den unbekannten Traummann mit dem gleichen Schlag wie sie hat, dass es endlich kapiert, dass das eine Traumfrau bei mir hier auf der Single Couch sitzt, hier am Gelben und Volkfest. Also viele Grüße nach Landshut von Andrea. Eigentlich nach Niedereichbach. Nach Niedereichbach. Nur nach Niedereichbach, möchte ich mir jetzt gleich mal sagen. Und ich hoffe, dass er es versteht. Vielen Dank, Andrea. Moment. Hast du noch was zu sagen? Jawohl. Dann schau's. Ich ziehe bald bei dir ein. Also, dann Reha Zirkpold nach Niedereichbach. Alles Liebe. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.